Und lüftern, möglicherweise. Aber so wie ich die Einheimischen verstanden habe, soll es hier keinen Tempel der Raya geben? Warte, bereits im Tempel von der Widersacherin? Jetzt sieht er so ein bisschen fasziniert aus. Oh, erzähl mir mehr. Asaban, ich muss euch diese Frage stellen. Ihr hofftet hier mehr über eure Göttin zu lernen. Wie ist der Name eurer Göttin? Raya? Selbstverständlich. Nun, dann hat man euch schlecht informiert. Es gibt keinen Raya-Tempel in Yerikesh. Nun, aber warum seid ihr hier? Ihr seid doch nicht hier, um eine Statue in dem Keller eines untergegangenen Palastes zu erblicken. Man hatte mir erzählt, diese Statue trüge einen Gürtel. Aber mir scheint, das war eine Fehlinformation. Meint ihr den Gürtel? Weswegen sind wir hier? Jetzt ergibt es einen Sinn. Erzählt mir mehr. Was für ein Gürtel? Ich meine den Gürtel von der Widersacherin. Aus schwarzem Leder, so sagen die Gerüchte. Der Lustgürtel. Semal El Sulev. Der Gürtel der Schönheit. Schwarzfrauenlust. Weswegen sind wir hier? Wo ist er? Nein. Ich hatte angenommen bei der Statue. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Hm. Ihr scheint euch genau zu wissen, wie er aussieht. Ich habe gelesen, es gibt einige Dokumente darüber. Ihr könnt mich ja gerne einmal im Kloster besuchen, wenn ihr mögt. Ihr seid immer eingeladen. Nun, wo würdet ihr ihn vermuten, wenn nicht an der Statue? Tja, so wie ich ihr zugehört habe, gibt es drei Schlüschsteine. Dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal in den anderen Tempeln. Das wollte ich mir sowieso noch einmal ansehen. Wie man ein Ketzer-Tempel so offen betreten kann. Ihr habt es ja auch getan. Dann ist euch nichts passiert. Dann werde ich es auch einmal wagen. Ich schlage. Wenn man die Treppen nach oben geht, können die anderen erkennen, seit sicherlich gerade die ersten, die erste, ja, erste Etage, sondern sie hochgegangen, können die anderen erkennen, wie die Illimiten einer nach dem anderen runterspringen. Was wollt ihr tun? Repentidio schaut kurz durch den, ich nehme an, auch hier ist ein Vorhang hinter sich, merkt, dass hier niemand ist, der eben jetzt gerade ans Leder will und streicht dann den Kopf wieder hervor und tippt Abel mir von hinten an und nickt dann mit dem Kopf so über die Schulter im Sinne von verschwinden wir. Ich schüttel nur den Kopf. Mit einem gewaltigen Krachen, was ihr von unten wohl nicht vernehmen könnt, weil ihr immer noch im Silenzium seid, was aber auf alle Fälle Zulamin hören kann. Ich wollte gerade sagen, in dem Moment lasse ich den Silenzium fallen, wenn die rüberspringen. Und landen die Mannwieder. Steine splittern unter ihren Füßen, die selbstverständlich auch beruft sind. Und dann könnt ihr auch sehen, wie aus dem Schleier heraus der Großkopter aus Elim heraustritt. Ich werfe meinen eisernen Willen an. Das ist der Moment, in dem ich aus dem Sichtfeld verschwinde. Mit dem Rücken gegen diese Mittelsäule drücke ich erstmal. Zulamin bleibt alarmiert auf der Treppe stehen. Patrapina! Ich hab's gehört. Sie greift an die Peitsche. Mit einem einzigen Griff löste sich vom Gürtel und sie lässt sie an der Uhr herumzucken. rennt dann an euch vorbei. Nach unten. Schauber ein, zwingt Tannis auf dem. Zulamin zieht die Waffen und rennt hinterher. Asterbahn, ihr bleibt hinter mir. Ich aktivere die Wollmänner-Richter-Armschiene. Okay, gehen wir in die Initiative. Was auch immer ihr vorhabt. Was die Jungs soll erstmal machen? Nein, ich muss auch nicht, Woffel. Was wollt ihr denn von denen? Das ist ja nicht mein Palast. Ich weiß auch nicht, was ihr hier denn wollt, aber ich will nicht mal mitmachen. Also, die sind gelb, das heißt, sie sind optional. Lass die einfach weg. Der Kopfler ist grün, das heißt, er ist friendly. Lass mir den Frieden. Achso, das sieht ja ganz nice aus. Vielleicht kann der... Ich muss doch mal schauen. Die Elementen starten auf sowas wie 18. Klingt richtig. Und für die Mannwetter würfel ich... Wacht, wenn wollte hast du denn Silenzium was fallen lassen? Wachen jetzt vier wütende Elite-Diener auf und gucken mich an? Achso, ja. Aber wenn der Silenzium gefallen ist, dann wachen jetzt auch die vier Elite-Diener auf. Okay, dann will ich doch eine Idee würfeln und wir sehen, dass noch was gleich passiert. Also, ich kümmere mich um jeden hier, aber die übermengst du. So, dann gucken wir uns nochmal die... Hier, das nie weit fügen. Das wäre ich dir keinen Mann, aber dieses Ding... Die einzige Waffe, mit der ich momentan schießen kann und die nicht hochkalibrig ist, kostet mich einen Punkt Rachsucht. Ich weiß nicht, ich stanze dem Kopf doch einfach noch ins Gesicht, damit wir erst mal ein Statement abgelegt haben. Ja, aber der... Bisher hat er mir noch nichts getan. Mir auch nicht, deswegen bin ich ja weg, damit er auch gar nichts tut. Du kannst maximal 20 Punkte Rachsucht haben. Umso höher, du da ankommst. Du kannst definitiv mehr als 20 Rachsucht haben. Ja, aber irgendwann ist egal. So, wir haben schon, die Limiten sind da, die Elite-Diener da, ich hab noch die beiden Mandeln, die sind auch... Ein Volltags-Inni-Brüder! Yes, Mann! Ich hab da eins gewürfelt. Ich auch. Yay! Großkaptar, der Großkaptar, der Großkaptar, der wirfel selber einmal. Ich hab halt den Stab, der mir minus zwei Innien gibt, das ist so ungnädig. Nein, der ist vor mir dran. Okay, dann, wir starten von unten nach oben. Rafim und Diamant, das müssen sich noch einmal ziehen. Zwölf, Seventilio. Äh, sind die Diener wach? Gucken nämlich an oder sind die jetzt wach? Äh, ich... Sie sind noch in irgendeiner Position, aber sie sind wach. Ich sehe mir einen Moment lang an, ich deute mit dem Daumen über die Schulter. Eingriff auf die Statue! Elimiten! Okay, ja. Muss ich sie überreden, überzeugen, muss ich unauffällig aussehen? Sind die überzeugt genug, dass wenn ich hier rumstehe, nichts tue? Also, du hast an dieser Stelle absolut gar nichts zu tun. Und dementsprechend bist du der erste, der jetzt angegriffen wird. Volltags. Ja, ähm, ich würde mich gerne orientieren. Mhm. Und... Genau, das wäre eine Aktion. Und dann würde ich in der zweiten Aktion anfangen, einen Zwingtanz auf den Kopter zu zaubern. In droidischer, geodischer Repräsentation? Geodischer Repräsentation, genau. Ah, okay. Braucht insgesamt drei Aktionen. Ich möchte mir natürlich keine Zeit lassen, weil das eine, naja, mitunter eventuell gefährliche Situation ist. Deshalb hätte ich das gerne Ende nächster Runde durch. Gut, dann würfelt der Großkopter eine Magie-Kundeprobe, um zu erkennen, wer der gefährlichste von euch ist. Ach, mich sieht er nicht. Ist um 15 erschwert. Nee, er macht gerne Odem, er guckt euch nur an. Er macht eine Magie-Kundeprobe, um zu gucken, ob du bist der andere Kopter, du bist koptanisch angezogen. Ah, okay, ja gut. In dem Fall, wenn er mich als echten Kopter erkennt, dann ja. Ist halt die Frage. Ja, doch, klar, klar, also wenn du, du hast dich als Kopter angezogen, alle anderen sind nicht genauso. Er deutet mit seinem Zepter auf dich und spricht dann in Othulamidisch, Ban-Walladin gehorche mir. Okay, schafft deine 19a MR. Das ist die Frage, er hat ein 18er THW. Warte, ist das nicht, kommt das nicht aus dem Stab dann, oder wie sieht es aus? Der Stab ist sein Erbschafts-, also es ist ein Zepter, es ist kein Stab, es ist sein Zepter. Also er löst jetzt kein Stab-Zauber aus? Nee, nee, genau, also es ist halt ein Zepter-Koptanisches Zauber. Nee, aber dann muss er ja trotzdem sprechen, denn das Zepter an sich speichert keine Zauber. Genau, genau. Dann ist es richtig, aber mit die 18 Schaffter nicht. Was ist denn hinten auf dem Imperavi? Was ist was auf dem Imperavi? Imperavi, das dritte Attribut. Ach hinten? Ich sehe kurz für dich, ne? Danke. Imperavi, Charisma. Mut, Mut, Charisma war es, glaube ich. Nee, es ist KL, CH, CH. Aber es gibt gegen Willen, gegen den Willen des Opfers, ihr sind doppeltere Magiduszen. Also, äh, Kopter, das denn? Das war noch nie so. Kopter ist Leiteigenschaft Charisma, 18 wird er haben. Ach so, ist das die Leiteigenschaft? Ja, stimmt. Aber er muss, aber er muss die 19 schaffen und nicht die 18. Ja, genau, also deswegen schafft er es in dieser Runde noch nicht. Vielleicht in der nächsten. Das war der Großkopter, 16 Raffin. Okay, hab ich schon irgendwas mitgekriegt, dass die uns irgendwas tun wollen? Eigentlich nicht. Du hast, du hast gerade, seit wir in Tidio fluchen hören. Nein, also du, du siehst, dass Boltax anfängt zu zaubern. Er hat schon zweimal gegen die gezaubert, jetzt wird das dritte Mal gegen die gezaubert. Aber ich sehe ja nicht, dass Boltax zaubert, da fühlt man sich doch viel zu dämlich. Vor allem, weil das Boltax, das Gehode, der hat ja nicht mal ne Formel. Ja, richtig. Also der macht halt irgendwas. Ist er trotzdem still. Also, Boltax hat auch Einfälle. Ja, okay, ist vor allem hier still, okay. Okay, dann hab ich aber jetzt ja. Okay, dann hab ich ja jetzt auch nicht so wirklich die Motivation, den aufs Maul zu hauen, weil ich wüsste auch nicht warum. Ich versuche gar nicht, was wir von denen wollen. Ich hab meine Waffe in der Hand und stell mich hier hin und dann... Gut. So, dann... Sag ich das gleiche, was er macht, also der andere Element. Die Elementen, ja genau, er steht da und verteidigt erstmal. So, die Elementen unten schwärmen aus. Dahin, Sturmangriff, dahin, Sturmangriff, dahin, Sturmangriff. Sturmangriff, Sturmangriff, Sturmangriff. Und die Mann wieder machen mit. Sturmangriff, Sturmangriff, die ziehen also auch schon mal vor. Und gucken mal. Was sind, 1, 2, 3, 4, wieviel sind das? Sechs von deinen Elementen und zwei Mann wieder. 1, 2, 2 schaffen's nicht und die Mann wieder... Gut. Die anderen müssen... Die haben keine Palmenwedel, die haben jetzt tatsächlich auch Säbel. Die müssen sie aber einmal ziehen und müssten dann verteidigen. Dann hab ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so entbrennen dort unten erst einmal Kämpfe. Allerdings werden diese beiden hier sicherlich gleich Probleme kriegen gegen die Überzahl. Gut, dass es da passiert, der macht gar nichts. Der Großkopter hatte schon gehandelt. Dann Beutagsabneuer Aktion. Womit sauberst. 19 Abelmeer. Ja, ich würde wie gesagt ein rechtes Armband auslösen. Mit dem Satz. Er wirft es in den Matrix-Geber für einen Inglacano. Er wirft die Merkmale Formen, Eigenschaften, Schaden, Herrschaft und Einfluss zurück. Inglacano, ja, okay. Für 20 Kampfhunden. Du musst aber die Probe schaffen. Nein, das ist ein Matrix-Geber. Nicht so zurückweichen, zurückwerfen. Dann muss ich die Intuitionsprobe schaffen. Ja. Beziehungsweise, wenn ich die direkt von der Sicht halte, muss ich nicht mehr da so wie. Äh, doch. Ja. Wenn ich die Armband man schette, mein Gesicht halte. So, das war deine erste Aktion. Zweite? Dann wurde ich dadurch durch Beutags und Rafim nicht vorbeikommen, würde ich mal so. Doch. Doch, warum denn nicht? Ich gucke gerade mal nach. Das sind 2,6 Meter, also wenn du willst. Also Beutags steht da am Rand, du müsstest dich nur an Rafim vorbeimogeln. Dann würde ich mich an Rafim vorbeimogeln. Und die ersten vermummten angreifen. Ja, dann macht das. Gut. Äh, ja. Wie? Ganz normaler Angriff. Ja, du musst eine Aktion Position machen. Achso, ja, dann macht die Aktion Position nicht zu nähern, sozusagen. Ja. Ich habe dann vermutlich keinen Angriff mehr. Ne, genau. Er hat aber noch. Gut, kann er machen. Aber er hat auf der 18 gehandelt, das heißt, er kann nicht mehr. Schade. Er könnte gegenhalten. Aber er wird nicht angegriffen. Er wird nicht angegriffen, das sind nur Aktion Positionen. Achso. Und er kann nicht umwandeln, weil er auf der 18 schon alles gemacht hat. Also er kann nur verteidigen. Äh, achso, weil er zwei Aktionen... Hm, hat er Kampfgespür? Er hat auf der 18 alles... Achso, wegen umgekehrter... Ja, genau. Ja, ich nutze eine Aktion, um mich zu orientieren. Und in der zweiten Aktion lege ich auf den Postcopter an mit meiner Avalone und spreche in freien Aktion. Erklär dich. Vielleicht ziehen wir einfach ab. Ich hab noch eine Aktion, die auch auf der 20 durchkäme. Du hast noch eine Aktion, die auf der 20 durchkommt. Ja, wie man die ersten gesprochen hat. Und jetzt war das 8 in die Fasen später. Ja, also nicht auf der 12, sondern auf der 4. Was willst du denn noch tun? Also, rückwärts durch den Eingangsstolpern und sagen, ihr habt viel Ärger. So, dann 24. Ja, die anderen stehen alle auf und greifen zur Waffe. Das heißt, die sind jetzt auch nächste Runde kampffähig. Mal aufstehen, einmal Waffe greifen. Dann sind die Mannwitter, die hab ich schon vorgezogen. Du läufst wahrscheinlich die Treppe unter. Ja, genau. Also, ich komme nicht bis ganz hin, oder? Nein. Also, Satrapina wird auch erst einmal im Vollsprint, wird es in diesem Raum schaffen. Und du kannst dann auch hier nachfolgend... Und dieser kleine Durchlass, da ist nur ein Fenster, oder? Da bei dem einen Mannwitter? Genau, das ist ein Fenster. Und das ist dann der Durchgang. Okay. Gut, dann laufen wir erst einmal. Denn wir wissen ja noch gar nicht, was los ist. Nächste Kampfrunde. Also, du kannst dich schon orientieren. Das heißt, du hast dann den Überblick. Du weißt nicht genau, du hast überhaupt keinen Überblick, aber du weißt, wie sie stehen. 12, Seventilion. Ich würde gerne mit dem Zaubern vorziehen vor den Kopter. Nein, Elitidiner. Achso, ja, okay. Elitidiner greifen an. Die sehen gerade nichts. Der ist ein Schleier. Bitte? Die können durch den Schleier durchgucken. Wie? Die können da durchgucken? Das ist ein Schleier. Das ist keine Holztür. Ja, aber sind die nicht für gewünscht, dass du da um Dinge zu verschleiern? Die laufen durch den Schleier durch. Einen Schritt nach hinten und dann Sturmangriff auf Seventilion. Ja, parieren wir mal, würde ich sagen. Sturmangriff 7, getroffen. Parade, 10, pariert. Sehr gut. Dann, nächster Sturmangriff. Und zwar auf Boltax von hinten. In den Rücken. Geht er da nicht durch den Kontrollbereich von Grafim? Möchte Grafim nicht vorziehen und da vielleicht was dran machen? Auf dem Kontrollbereich ist es nach dem dran. Wie, du bist nach dem dran? Die haben 24-Jahr Indy. 10. Gott damn it. Boltax kann nicht parieren. Das ist, äh, nein. Ne, parieren kann ich, kann ich trotzdem. In den Rücken? In den Rücken parieren kann man. Nein. Also, wenn ihr es sagt, du darfst. Du darfst, ob das Sinn macht, ist eine andere, ja, ob das Sinn macht, dass eine andere. Du hast du mir das erste Parade erschweren, dass wir Angriff von hinten. Sag dir nicht, dass das Sinn ergebt. Bist du sicher? Nämlich. Ich würde das beschwören, dass du nicht in deinen Rücken parierst. Ja, weil es völlig dumm ist, in den Rücken zu parieren. Also, ich würde es erlauben mit einer Plus 5. Okay. Machen wir jetzt. Dann lesen wir es nochmal nach. Finde ich fair. Ich werde das natürlich probieren. Dazu muss ich aber, glaube ich, erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln, um den Zauber weiterhin aufrecht zu erhalten, oder? Wenn du den aufrechterhalten willst, aber das machen wir danach. Also, du musst jetzt erst einmal agieren und danach... Warte, zauberst du jetzt gerade? Was? Ich bin gerade am Zaubern. Dann musst du den Zauber entweder fallen lassen oder nicht. Du kannst keine Aktion zwischendrin ausziehen, außer du hast eine meisterliche Zauberkontrolle 2, glaube ich. Dann willst du dich verteidigen. 3, 2. Ja, Moment, aber jetzt, warte, lass mal gucken, ob ich die meisterliche Zauberkontrolle habe, weil das weiß ich gerade nicht. Das wäre vielleicht an dieser Stelle wirklich wichtig nachzugucken, bevor ich irgendwas ansage. Und ich habe die meisterliche Zauberkontrolle 1 leider nur. Dann macht das... Genau, das macht an dieser Stelle also keinen Sinn. Nein, komm, dann... Das hätte dir beides nichts geholfen. Gut. In dem Fall... Ja, komm, lass ich mich treffen. Einmal ist keinmal. Die 6 habe ich schon gewürfelt. 1W6 plus 4 sind 10 plus den Sturmangriff sind 8, oder? So ein 18 TP. Kann das sein? Stopp, die 4 hast du schon eingerechnet, ja? Nee, das ist einmal Säbelschaden. 1W6 plus 4, er hat eine 6 gewürfelt, ist also 10. Also, dann kommt der Sturmangriff Schaden, sind Geschwindigkeit halbe, also 4, und nochmal Plus 4, genau. Das sind 18. 18 TP. Okay. Ich habe Konstitution 15. Ähm, wie viele bunten kriege ich dann? 2 Wunden. 2 Wunden. Trotz Eisern. Okay. Ja, alles klar, gut. Ähm, dann würfelt wir da aus, wohin die sind. Äh, bum, 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 kampf. Ich habe hier einen Trefferzornwürfel. 8 Bauch in den Rücken, sind nochmal 2 bis 6 Zusatzschaden. Alles klar. Und jetzt musst du eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln, um Störungen zu ignorieren. Ja. Und welchen Schwert? Erst, warte, 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 erst einmal musst du deine Selbstbeherrschungsprobe schaffen, um stehen zu bleiben. Richtig. Dieser Schwert, um die Trefferpunkte über der ersten Wundschwelle, das ist 18 Trefferpunkte. Über der Wundschwelle? Über der ersten Wundschwelle, ja. Ach so. Ja. Also Konstit von 15, 18, äh, um 8 Punkte erschwert. Ja, um 8 Punkte ist die Selbstbeherrschungsprobe erschwert. Und die zweite ist auch um 8 Punkte erschwert, denn die ist, um die Wunden im Bauch zu ignorieren. Okay, gucken wir erstmal, ob die erste überhaupt triggert. Das sieht gut aus, das schaffe ich. Dann die nächste, um die Wunden zu ignorieren. Ja. Plus, die ist pro Wunde erschwert um 4, dementsprechend auch 8. Das geht ja noch. Schaffe ich auch. Statistik großer Zahlen, und jetzt darfst du eine Störung ignorieren, auch der Talentspezialisierung, falls du die hast. Ist die erschwert um Trefferpunkte, oder? Die sind um volle Trefferpunkte erschwert. Trefferpunkte oder Schadenspunkte? Äh, Schadenspunkte. Also 17 oder so? Ja, ich habe insgesamt den Zwingtanz auf 19. Oder muss ich die auch? Nee, das ist ein Schwerstück. Okay, ja gut. Hast du die Sonderfertigkeitsstörung ignorieren, oder Konzentrationsstärke? Warte mal, ich gucke einmal, weil ich mittlerweile keinen Überblick mehr habe über meine Sonderfertigkeit. Es wird irgendwann einfach super viel. Was, bei 22.000 AP? Also ich habe ja noch nie eine Sonderfertigkeit vergessen. Ja, das ist ja auch das Problem, wenn man seine AP in sowas wie Sonderfertigkeiten investiert. Nein, ich habe glaube ich... Holt euch Gaben. Ja, 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 das ist vielleicht an dieser Stelle besser. Ich habe diese Sonderfertigkeit, so wie ich das sehe, nicht. Okay, dann hast du die volle plus 18 oder plus 17, was durch die Kommisse verschwern ist. Das ist halt Overkill. Ich habe ja von Apple mir sagen lassen, der Power Gamer von Weltsteiger hat einfach Baukunst. Ach Quatsch, ich versuche die 20 nochmal zu würfeln. Das könnte nicht klar sein. Ja, ähm... Ja, deine Chance ist gering. Du musst die 6 unterwürfeln. Was? Ich muss eine 6 unterwürfeln. Also eine 5. Chance ist schon 20%. Chance ist ein 1.5. Genau, also ich setze meinen Schicksalspunkt dafür ein. Ich setze ihn ja sonst eher so selten ein. Schade. Oh, knapp. Aber mein Zauber fällt immerhin... Du bleibst bei Bewusstsein, du bleibst kampffähig, aber du kannst den Zwingtanks nicht weiter ausführen. So, nächster Sturmangriff in der Tideon. Äh... Da muss der andere sich dafür nicht bewegen. Ja, Schritt beiseite, genau. Dann kriegt er einen Passierschlag. Aber hallo. Wenn er in einem Kontrollbereich bleibt. Nee, kannst du bis hier schlagen. Wenn er auf selber Ebenen im Kontrollbereich bleibt. Also er bleibt am Kontrollbereich. Ja, okay, dann kriegt er keinen. Ich hatte das für fragwürdig, weil ich schon ein bisschen knappe, ist aber nicht so wichtig. Weißt du was, guck mal, wenn Diamant das gleich angreift, dann darf er ihm sogar in den Rücken schlafen. Ja, auf den, komm, auf den Passierschlag sowieso nicht trifft, dass er jetzt nicht ankommen. Mit denen kann die euch rumschlagen. Das hat er den Sturmangriff verfüllen. 7 getroffen. Dann verrehen wir noch. Wie, schon wieder 7? Ja, ich habe diese Runde noch nichts getan. Und das ist sogar der Glückliche. Und den prüfen wir mal. Und der ist leider nicht bestätigt. Ja, das ist nur pariert. Okay, einen Sturmangriff habe ich noch. Der hat da jetzt aber auch gerade keinen... Also er könnte... Was sind das eigentlich für Typen? Oh, wir wachen auf. Oh, hier ist irgendwas los. Nee, der Mord will jemanden. Nee, guck mal. Meine erste Aktion ist vorher der zweiten Aktion. Aktion Position, der geht da hin. Alles klar. Ich habe zwei Aktionen. Ich würde in beiden Aktionen jeweils einen Zwingtanz aus dem Stab ziehen. Die hatte ich ja noch. Gehen gegen MR12. Und zwar gegen Elite-Diener 1 und Elite-Diener 2. Also die, die mich momentan gefährden würden. Also die beiden. Ja, genau. Und natürlich gehe ich natürlich zuerst gegen den, der mich... Also du musst erst einmal eine Aktion Position machen, um dich umzudrehen. Weil du steht, du schließt gerade komplett mit dem Rücken zu ihm. Du musst dich einmal umdrehen. Wie willst du sie uns angucken? Die sind mir in die Seite gefallen. Nee, mit dem Rücken. Das ist nicht komplett... Nee, mit dem Rücken ist... Du guckst dahin. Das ist dein Rücken. Ja, das wird schon deine Sichtlinie gewesen sein. Also einmal Aktion Position umdrehen. Okay, Aktion Position von mir aus. Und dann einmal den ersten Stabzauber auslösen gegen den Elite-Diener, der vor mir steht. Alles klar, Zustand, Verschiedenes... Moment, ich muss erst noch die Probe würfeln. Also Stabzauber gelingt dir jetzt nicht automatisch. Ja, aber mit deinen Werten... Ja, der gelingt auf jeden Fall. Gut, dann ist der im Prinzip auch schon mal kampfunfähig, ne? Dann ziehe ich ihn hier hin. Der tanzt da drüben. Nee, der tanzt weiter vor mir. Der ist mein Schild momentan. Achso, okay. Du willst ihn daraus überhaupt behalten. Schade, gut. Na klar. Ja, der steht auch noch im Weg. Dann war das deine Aktion. Wir machen weiter. Die Kille-Watane. Ich mach... Weißt du was? Ich hab jetzt eben mit den Elite-Dienern vorgezogen. Dann mach ich den Kampf unten einmal mit den Elemiten weiter. Die wandeln um, sodass die Elite-Diener erstmal nur zweimal parieren. Die anderen garten zweimal an. Das sind sechs Stück. Sechs mal zwei sind zwölf. Eins, zwei nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Team Paraden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, dann sind diese beiden. Ne, gar nicht diese beiden. Werde ich dann mal die erste Wunde geben. Schadenspunkte verzichte ich an der Stelle mal, weil das im Prinzip mühsam ist, jetzt Kämpfe mit mir selbst auszuwürfeln. Aber die Mannwetter werden auch noch vorziehen, damit ich die jetzt einmal fertig habe. Auch die wandeln zweimal um und wollen das hier so schnell wie möglich beenden. 20 bestätigt 20. Beziehungsweise das sind 22er Anteile Mann. 22er, genau. Und dann werde ich nochmal die Eins bestätigen. Eins, sieben, genau. Dann heißt das, dass ich diesen hier in blutige Fitzen haue. Zustand, tot. Und, Jeckt. Dann habe ich die Mannwetter abgehandelt. Dann habe ich die Elite-Diener und die Elemiten. Außerdem mit Abelmir, der hat er noch nicht. Der wird zweimal parieren. Und wir fangen wieder von unten an. Seppentilio 12. Ich habe nicht alles gemacht, oder? Nein, wir fangen von unten an. 12. Seppentilio. Ich habe nicht alles mit�를 philosophers. Ich habe nicht alles mit老師. Vielen Dank.